hallo liebe leute und herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen runde minecraft in einer neuen aufnahme session huch maus spiel nicht doof tschuldigung so ja paar tage sind vergangen ich habe in der zwischenzeit in meiner kleinen testwelt so viel schon gebaut und probiert und versucht mittlerweile das twitter bild ist ja schon links draußen wer die welt hier kennt der weiß was ich dann noch alles gemacht habe beziehungsweise was ich noch mehr gemacht habe als das was hier schon zu sehen ist das problem ist dass so viel das ist viel zu und hier wird ach guck an hier wird langsam grün das ist schön ich weiß nicht wie lange ich das jetzt hier lassen muss bis das endlich mal grüner wird oder ist das hier mit licht verbunden wenn es im licht verbunden ist habe ich die arsch karte werden wir noch sehen so wir haben ich muss mal gucken was ich hier alles gemacht habe ich denke ich bin hier schon fertig hallo von stümper arbeit ich dachte ich bin hier fertig und ich schreibe doch nur brücke ist fertig stütze ja und ich weiß doch gar nicht mehr ich weiß gar nicht mehr wie das geht so jetzt mal ernst ich keine ahnung so bis hier dann war 12 ich weiß nicht mehr so ist das richtig ich habe keine ahnung so ist das sieht richtig aus ich mache einfach mal lass mich mal los hier mein gott ich denke jetzt kann ich hier läuft der timer ja ich denke jetzt kann ich endlich weitermachen beherzt aber nö so zack zack und das ist nicht richtig ich weiß nicht mehr wie es geht scheiße pass auf da muss ich jetzt so leid es mir tut die dinger hier damit ich jetzt keine ahnung irgendwie ist das hier merkwürdig okay dann mache ich das jetzt mal kann auch nicht gucken ich sehe das nicht so kann ich hier laufen jetzt geht das weg hier mit so ist einfach nur hier quer runter oder wie okay die musik ist natürlich mal wieder sehr erfrischend und das ist hier alles sehr irritierend so 1 2 3 4 1 2 3 4 gut dann mache ich das jetzt erst mal so ich vertraue einfach meine vergangenheit meine vergangenheit sich so werde ich ja dann gleich sehen wenn ich dann halt den probenflug mache den werde ich mir natürlich können ja so ist richtig ich wollte schon die sein es tut mir leid leute so mache ich das jetzt halt und so und hier auch noch mal und da dann da hinten und dann kommt hier ein slap hin richtig so so und dieses gras buchten müsste man glaube ich lass mich jetzt das muss hier durch den grad jedoch den erdblock wir müssen wir hier mal weg machen und dann so das müsste jetzt richtig sein ist das richtig kommt hin noch mehr nein so ist doch richtig oder nicht pass mal auf game mode creative ja ich bin jetzt ein bisschen vor hier habe ich da sehe ich noch selbst klasse gut ja dann mache ich dann hatte ich auch noch mal selbst hin da bin ich mir nicht so viel aber sorry ja ich weiß wer im creative modus und aber ich denke mal dann ist das jetzt aber auch so okay kommen die dass ich ja auch ab ja ich brauche nicht so viel direkt brauche ich nicht ist nicht stimmt wenn ihr sechs sind so kann man so machen ist jetzt nicht so das schönste vom schönen aber es ist okay würde ich sagen oder es ist okay so pass auf game mode survival so dann machen wir das jetzt hier wieder weg ich hatte schon wieder ganz andere sachen vor deswegen bin ich jetzt so ein bisschen na gut was ich gerne machen würde eventuell noch habe ich die hier die stufchen habe ich hier irgendwelche ne ziegelstein stufen habe ich leider nicht hier ich würde gerne hier so eine verbindung machen ja dass man halt hier also quasi noch mal so ein bogen der hier alles zusammen verbindet wisst du dich meine ich muss jetzt aber gucken wo ich die habe irgendwie ist die musik ein bisschen störend heute irgendwie sind ich harmonisch ja das ist harmonisch finde ich und komm herr time set day was mein timer läuft so sechs minuten lang habe ich jetzt dinge gemacht die ich eigentlich gar nicht geplant habe das ist natürlich optimal und habe mittlerweile dadurch dass ich das jetzt hier gemacht habe vergessen was ich eigentlich machen wollte mal träumchen so mal gucken haben wir hier ja wohl die haben wir hier habe ich noch mehr davon hier mehr davon habe ich auch die treppchen treppen habe ich zu wenig treppen habe ich glaube ich viel zu wenig perfekt so elf treppen dass sie den jahren nicht erreichen 1000 jahren nicht habe ich steine hier normaler stein einen ganzen da bin ich schon doch das acht guck mal hier steinziegel guck mal nur verteidigen hier rum so machen wir uns noch ein paar ich könnte so holen so scabotus 27 wird nicht reichen aber ich habe hier hinten eine werkbank dann versuchen wir noch mal ein bisschen anzubinden und da will ich eigentlich auch schon weiter machen was sie auf jeden fall machen müssen ist noch weiter kohle schaufeln noch weiter steine schaufeln noch weiter ich muss sehr viel an material an ursprungs material muss ich besorgen weil ich noch einiges hier vor habe so wie mache ich das am besten ach guck mal hier das problem ist das habe ich nämlich auch schon mal versucht aber irgendwie wo sind meine komm mal her so ich glaube das müsste eigentlich von der höhe her ausreichend sein jetzt muss ja doch wieder die gerüste egal machen wir einfach mal auf jeden fall möchte ich die hier mit auskleiden nur von wo fang ich an also ich würde sagen da wo die erde beginnt perfekt so so dass wir das so haben vielleicht ist schwer ja dann würde ich sagen fangen wir hier an nein das war ein zu viel oder ja doch das war einer zu viel so dann haben wir nämlich auch ich bin so ein hornochse dann haben wir jetzt hier auch ein bisschen fundament gelle oder vielleicht ist das hier auch schon zu viel eigentlich ist das hier nicht eigentlich müssten wir pass auf wäre das nicht schlauer dann würden wir die erde nicht sehen würde ich sagen so und dann boah weiß ich nicht wie machen wir das so mir geht ja auch wieder nicht ich probiere mal aber das sieht doof aussehen oder hm boah gute frage weil dann wird der delke hier drüber stehen das wäre ja doof kann man ja irgendwie nicht scheiße oder ich lasse das einfach so oder teils reden davon wenn ich das jetzt ganz einfach so lasse so so das heißt dann dabei belassen wisst ihr was ich meine ich glaube das ist gar nicht mal so verkehrt so okay wie weit habe ich denn wo habe ich das denn jetzt gemacht hier bei dem habe ich das gemacht ne so und so ne noch einen runter noch einen runter nein und hier also ja doch hier das heißt ich kann hier gar nicht mehr runter okay okay dann machen wir das mal eben so finde ich ja sogar gut so so und so und ja dann können wir das hier schon so ich würde sagen das ist okay kann ich noch mal in creative gehen ich würde mir jetzt gerne mich mal so dings angucken nein 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 moment stopp mal ja ich bin noch nicht ganz zufrieden aber wir sind kurz vor der fertigstellung videozeit toll ich glaube ich nenne die folge brücke fertig jetzt aber wirklich man ist das nervig ach so kann ich das noch weiter runter wird das dann doof aussehen na ich doch bis hier und dann wird es aber hier ist der letzte ne ja hier ist der letzte dann könnte man hier vielleicht haben wir noch brücken das gibt es doch nicht ich muss damit aufhören es tut mir so leid kann ich dann so oder sieht das dann alter nochmal neues lied entschuldigung das sieht doof aussehen oder ja das komplett doof aussehen ich glaube das wird dann doof aussehen ich glaube das reicht ich glaube das reicht hm oder das wird dann auch dulle aussehen oder wird das dulle aussehen wenn das hier so wäre hm boah ist schwer wüsste ich jetzt keine hatte ich jetzt keine meinung zu nur könnte man dann wieder so machen ne warte mal ne warte mal wenn ich jetzt nur den hier mache oh ne 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 noch besser pass auf ne das ist ja wieder doof ne muss ich so machen so so dann könnte man das hier machen kann ich hier vielleicht ne das wird gar nicht ne das wird gar nicht gehen das wird auch doof aussehen warum sollte ich das so machen ne komm mach mal so und dann haben wir das ich würde sagen das ist okay das muss ja auch stützen gelle es muss ja auch irgendwie sowas nutzer sein so dann haben wir hier unten drunter hier könnte man vielleicht noch wenn man das denn wollte so dann haben wir das natürlich ist es dann hier dunkel so pass auf ich glaube ich krieg das noch nein ich habe keine selbst mehr irgendwie komme ich jetzt hier hoch ich muss ja nicht hier hoch ne das sieht mag ich also nur das nur das liegt jetzt nicht das spiel das spiel war so ein bisschen weiß ich hatte ein gezockt schon ein bisschen war ja früher wieder der ww killer hat aber wenig wirklich gejuckt muss ich sagen vielleicht sollte man hier oder wäre das dann wieder tomatsch wenn ich dann hier auch so doch ich glaube ich weiß was ich machen werde das pass auf hört man auf mich hier abzudenken voll der paranoide hier so wie war das jetzt so funktioniert das auch noch dann wird das hier aber nicht mehr funktionieren aber das aber hier wieder von war das so richtig nee das war anders nein hilfe ich weiß es nicht mehr so von da 1 2 3 4 dann geht es hier drei runter drei geht es hier runter das kann ja nicht sein oder ich weiß es wieder nicht mehr es tut mir leid aber ich habe wirklich das gedichtnis eine eintagsfliege so hier auf der höhe ja weil ich ja hier das mir doch auf der höhe geht es hier so in 1 2 und dann habe ich hier 1 2 3 hoch ok der höhe direkt anschließend ja der höhe direkt anschließend zack 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 wir haben hier 1 2 3 war das so dann ist das doch richtig oder hilfe hallo dankeschön das weiß ich sehe das jetzt gerade nicht ist das jetzt richtig ja doch das ist komplett richtig ne so jetzt frage ich mich soll ich jetzt hier noch pass auf es tut mir auch leid dass ich jetzt wieder so die klappe halte mein gott jung aber ich möchte hier endlich mal fertig werden weil ich möchte jetzt eine andere stelle weitermachen so das heißt für uns wieder mal so so war das gar nicht nötig aber ist egal natürlich so dann mal gucken dann haben wir das halt noch noch ein bisschen schöner soll ich das so machen oder soll ich das auch wieder mit den treppen machen könnte ich da mal mit den treppen versuchen ich weiß gut ding will weile haben ihr kennt es doch so so zack 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 so und so würde das besser aussehen wegen farbe und so ich glaube schon ne ja doch dann wäre das hier weil das hier drin auch so ist doch ich würde sagen das lassen wir so optimal dank liebe leute eigentlich brauche ich das gar nicht ich habe eigentlich schon mehr als anders aus wo hat eine brücke ne ich jetzt mal für eine brücke boah nein so zack und hoch so zack 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 und hier und hier ach ja so kann ich sagen jetzt ist die brücke fertig jetzt aber wirklich hundertprozentig und ohne witz und ohne scheiß jetzt ne so so boah alter ja endlich ne oh wir sind sogar schon über die 20 minuten hinaus oh mein gott es tut mir so leid leute aber ich muss hier irgendwie nach oben wenn ich jetzt hier runter falle das ist doof ah ich kann dir wie mache ich das verdammt ich gehe noch mal nach oben und das machen wir in der nächsten folge gut liebe leute es tut mir echt leid dass ich jetzt halt so ruhig war aber ich dachte wirklich ich bin hier so quasi fertig und boah alter ist doch keine brücke ey das ist doch ein koloss gut liebe leute ähm lieben dank fürs zuschauen fürs dabei sein ich hoffe wir sehen uns morgen trotzdem wieder oder ihr seht ne ihr schaltet morgen wieder ein das würde mich sehr freuen tun und äh ja ich würde sagen in diesem sinne mache gut bis morgen tschüss